Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Große Koalition hat bereits jetzt ihr Versprechen, die Klimaziele 2020 einzuhalten, gerissen. Aber wir wissen jetzt seit Freitag, dass diese Große Koalition auch nicht bereit ist, sich überhaupt zu bemühen, die Klimaziele für 2030 einzuhalten. Und das ist das große Skandal. Als Linke haben wir nachgerechnet. Wir haben uns die Zahlen vorgenommen. Die standen im ersten Entwurf vom Donnerstag sehr deutlich drin. Und diese Zahlen, wenn man das Ganze ausrechnet, liegen weit unter dem, was notwendig ist. Damit ist eine Klimaschutzlücke ausgerechnet, die höchstens zur Hälfte geeignet ist, um diesen Klimaschutz zu erreichen. Und das ist ein verheerendes Signal. Das ist deshalb ein verheerendes Signal, weil Deutschland eine zentrale Verantwortung hat. Nur die USA, Russland und China haben historisch mehr CO2 in die Welt geblasen als Deutschland. Deutschland ist historisch gesehen der viertgrößte Klimasünder. Und deswegen haben wir eine Verantwortung. Und deswegen sagen wir als Linke, wir werden dieses Klimapaket nicht mittragen. Aber dann sitzen wir am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss und ich habe die Möglichkeit, Herrn Altmaier zu befragen. Und Herr Altmaier sagt, nun, 1,4 Millionen Menschen auf der Straße nehme ich zur Kenntnis. Ich nehme die Kritik der Verbände und der Wissenschaft zur Kenntnis. Aber er sagt, wir sehen keine Möglichkeit, etwas zu ändern. Dieses Klimapaket ist genau richtig, wie es ist. Ich darf Ihnen sagen, angesichts dessen, was wir beim Klimastreik am Freitag auf der Straße gesehen haben, ist diese Ignoranz der Politik genau das, was wir gerade in dieser Situation nicht brauchen. Und ich könnte Ihnen an dieser Stelle jetzt lange ausführen, warum dieses Klimapaket so nicht funktionieren wird. Ich will das aber hier lassen, sondern will einmal deutlich machen, wie eine linke Klimapolitik aussehen müsste, wie es besser gehen würde mit echten Klimaschutz. Erstens. Im Bereich der Energie und des Stroms brauchen wir nicht nur den Kohleausstieg 2030 und einen früheren Einstieg. Wir müssen auch über die Strompreise sprechen. Wir müssen darüber sprechen, dass einkommensschwache Haushalte von steigenden Strompreisen überproportional belastet sind, während weiterhin große Energiekonzerne ausgenommen sind von der erneuerbaren Energienumlage. Genau das muss geändert werden. Wir müssen endlich die Verursacherinnen zur Rechenschaft ziehen, nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wir müssen darüber reden, wem gehört denn die Energiewende. Diese Bundesregierung ist leider auch mit diesem Klimapaket wieder dabei, die Energiewende an die großen Konzerne zu verschärbeln. Das muss ein Ende haben. Wir müssen sprechen über Bürgerinnenenergie. Wir müssen sprechen über direkte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Energiewende, über Genossenschaften, über die Stadtwerke, über kommunale Beteiligung. Nur wenn diese Energiewende demokratisch ist und von den Bürgerinnen und Bürgern mitgestaltet wird, wird sie gelingen. Oder sprechen wir über den Verkehrsbereich. Da hat ja jetzt mittlerweile nicht nur das Bundesumweltamt, sondern sogar auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium gesagt worden, dass das, was Minister Scheuer vorlegt, Luftbuchungen sind. Und genau deshalb weigert er sich, auch seine Zahlen offenzulegen. Das ist doch ein Skandal, hier anzutreten mit einem Klimakabinett, wo man bereits von vornherein weiß, der Verkehrsbereich wird nicht liefern. Und was wäre denn angesagt? Es geht doch nicht nur darum, zu sprechen, dass wir günstigere Ticketpreise bei der Bahn brauchen. Ja, die brauchen wir. Aber jeder, der regelmäßig mit dieser Bahn fährt, weiß, dass dieses profitorientierte Aktienunternehmen, dass diese Aktiengesellschaft nicht zukunftsfähig ist, weil sie eben auf Profit getrimmt ist. Das heißt, wir müssen die Eigentumsform der Deutschen Bahn ändern. Wir müssen dahin kommen, dass diese Bahn wieder eine Bürgerinnenbahn für alle wird und nicht auf Profit ausgerichtet wird. Wir müssen die Strecken ausbauen. Wir müssen alte Strecken wieder reaktivieren. Wir müssen Strecken elektrifizieren. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Bahn endlich pünktlich und zuverlässig wird. Und last but not least, wir müssen den Autoverkehr reduzieren. Wir müssen schaffen, dass die ländlichen Regionen viel mehr in den öffentlichen Nahverkehr angebunden werden, dass die Menschen nicht mehr angewiesen sind, unbedingt jeden kleinen Weg mit dem Auto zu machen. Wir brauchen die Alternativen zur Automobilität. Genau das ist es. Es reicht nicht aus, die Technik zu ändern. Wir müssen das System ändern. Und last but not least reden wir über die Land- und Forstwirtschaft. Wir brauchen eine nachhaltige, zunehmend mehr ökologische Landwirtschaft. Wir müssen raus aus der Agrarindustrie. Wir müssen raus aus dem System von Fleischfabriken. Wir brauchen eine vollkommen andere Landwirtschaft, die nicht auf Düngemittel setzt, die nicht darauf setzt, dass die Waren um die Welt gekarrt werden, sondern die auf eine Regionalisierung, auf regionale Kreisläufe setzt. Und das bedeutet auch, wenn wir hier im Kontext des Waldes reden, müssen wir reden über Maßnahmen der Aufforstung. Das stimmt. Aber das kann doch nicht mit dem Gießkannenprinzip passieren. Es kann doch nicht passieren, dass hier überall in Deutschland das Geld ausgeschüttet wird, sondern wir müssen es punktgenau machen. Wir müssen uns anschauen, in welchen ländlichen Regionen, in welchen Bundesländern ist gerade der Wald bedroht. Und ich nenne hier einfach mal beispielsweise Thüringen und Rheinland-Pfalz. Das heißt, wir brauchen ein Nothilfeprogramm für den Wald. Wir müssen Geld freimachen für Personal, für Ressourcen und für Forschung, auch über Saatgut beispielsweise. Und last but not least, wir brauchen den Systemwandel. Wir müssen anders wirtschaften, anders konsumieren. Nur so wird es uns gemeinsam gelingen, nicht mit Marktwirtschaft und nicht mit diesem Klimapartiket. Vielen Dank. Applaus Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Hans-Georg von der Marwitz das Wort.